Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zur Steinbock-Energie. Im Steinbock sind wir jetzt heute und morgen drin und eigentlich habe ich überlegt, ob es sich überhaupt lohnt, jetzt nochmal ein Video zu machen, weil wir sind, das ist original, die immer noch die Halbmond-Energie, ja, das Halbmond-Orakel, was wir getätet haben, die Neunerlegung, die ich mit dem Tarot gemacht habe, weil wir haben, schaut mal, als Tagesenergie dazu heute 16 und 2, 18 und morgen die 19 und das ist immer noch, wie wir es im Tarot gelegt haben, die Herrscherin, die acht Schwerter über den Kopf hatte und den Ausweg, den Wagen nicht findet, weil sie sich festgefahren hat. Ja, das sind hier die entsprechenden, zu der Neunerlegung entsprechenden Tages- und Mondenergien, ne? Das ist so dieses revient, ne va plus, ja? Nichts geht mehr. Das ist so dieses total blockiert, ja? Total blockiert, festgefahren, ne? Den, wie so eine, ich gucke auf eine Wand, ja? Ich sehe den Ausweg nicht. Ja, das ist so, ich habe mich da in etwas rein manövriert, ja, wo ich so leicht nicht rauskomme und es dauert noch einen Moment, ja, bis hier so der Blitz einschlägt, ne? Und diese, diese Blockade, ja, bis man da einen Ausweg gefunden hat, ja? Und das finde ich auch nicht verwunderlich, weil wo kommen wir direkt danach rein? Wir haben das ganze Wochenende, stehen wir im Wassermannmond, ne? Das sind die Sterne, wo man dann klar sieht, ja, dass, äh, den Ausweg, ne? Den Wagen, ja, hier, das brauchen wir auch, genau, danke, ne? Ja, ja, dieses, die klaren Möglichkeiten erkennen, ne? Da ist ja jetzt auch gerade im Wassermann, ist ja auch Herr Merkur, ne? Das Orakel habt ihr in der Infobox, beziehungsweise als Kanalmitglied ja auch zugesandt bekommen, ne? Wo haben wir Herrn Merkur? Ja, ne? Dass man hier aus dem klaren Bewusstsein heraus, ne, aus der klaren Sicht ins Handeln, in die Aktivität kommt, ne? Und den Wassermannmond haben wir dann halt eben Samstag und Sonntag, ja? Und Samstag und Sonntag haben wir auch ein Merkur, äh, ein Sextil zwischen Merkur und Jupiter, ne? Also da gibt's dann halt, hier, ne? Da gibt's dann halt entsprechend Aufeinandertreffen, ne, am Wochenende, die dann für mehr Klarheit sorgen. Ja, aber gerade, und wir haben auch nächste Woche, ähm, Widermond, ne? Also die Störche, die Venus zieht nächste Woche in den, in den Widder. Da mach ich dann aber auch erst am Wochenende, weil in den Energien hat das jetzt keinen Sinn und Zweck, ne? Da eine Legung drauf zu machen, ja? Ähm, dann zieht die Venus halt in den Widder, ne? Und wird auch noch unterstützt, ne, von den Mondenergien, ne? Die stehen dann auch im Widder, ne? Aber es bedarf hier für, für Handeln, für Aktivitäten, bedarf es noch mehr Klarheit, ne? Und jetzt, heute überquert ja auch die Sonne hier den Saturn, ne? Und das ist noch so der Moment, den's noch dauert, ne? Bis es hier, ähm, bis hier in diesem Turm eine Tür aufgeht, ne? Und wir haben nächste Woche auch wieder zwei Portale, ja? Aber jetzt ist halt noch so ein bisschen, äh, ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht, ja? Oder ich hab mich in was rein manövriert und ich find den Ausweg nicht, ne? Hier, Halschakra-Blockade, ja? Ja, das ist schon, ne? Man könnte ja auch einfach ganz klar über die Blockade sprechen, ja? Was einen, äh, blockiert kommunizieren, ne? Man muss das ja eigentlich gar nicht mit sich alleine ausmachen, ja? Aber dafür fehlt es hier an Selbstvertrauen, ja? Um den Durchbruch in dieser Blockade, ähm, zu bekommen, ähm, zu erreichen, zu erzielen, braucht man, ne? Hier sind wir wieder im fließenden Halschakra, ja? Das bringt das Licht, ne? Die positive Kraft, die positive Energie, ähm, aber dafür fehlt eben das entsprechende Selbstvertrauen, ja? Und, äh, weil das Selbstvertrauen darüber zu sprechen, dem Halschakra die Energie fließen zu lassen, fehlt, ähm, ja, wird das, äh, Problem, ja, immer größer, 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 ne? Halbmond-Orakel, acht Schwerter über dem Kopf der Herrscherin, ne? Und deswegen, äh, ja, sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Weiß nicht, wie man da wieder rauskommen soll, ne? Hat sich, äh, zu tief verstrickt, ja? Ja. Die Lösung wäre, wie gesagt, sich mitzuteilen, ne? Es aus dem Halschakra fließen zu lassen, ne? Das hier zu durchbrechen. Ja. Aber wie gesagt, ne? Heute und morgen, äh, fehlt's da anscheinend noch an nötigem Selbstvertrauen, Selbstwert, ne? Da ist man, äh, heute und morgen ist man da anscheinend noch, äh, ja, im, äh, selber machen wollen, ne? Und nicht wissen, wie man die, äh, Hürde überwindet, ja? Und deswegen halt in so einem totalen Stillstand, ne? Wo man das Gefühl hat, dass man da, dass es da kein Fortkommen gibt, ja? Dass man, ne? Das ist, ähm, das sind so völlig verhärtete Fronten, ne? Wo man meint, dass so eine Annäherung, ne? Aussichtslos ist und, ähm, ja. So sieht das heute und morgen noch aus, ne? Deswegen gibt es noch nicht so viel Neues von, seit dem Halbmond-Orakel zu berichten. Aber, ähm, weil es geht, man hat sich, man steckt so tief drin, ja, dass jetzt nur noch eine einzige Möglichkeit die Lösung ist. Nur noch eine. Es geht nicht mehr anders, ja? Ne? Man hat da so viel Scheiß aufgehäuft, aufgebaut, ja? Das, es gibt nur noch die eine Lösung, ne? Da aus dem Halschakra, ne? Licht fließen zu lassen, ja? Alles andere ist so, ne? Ja, ich wiederhole mich. Halbmond-Orakel. Verrannt, ja? Verrannt. Gut. Ja, und haben wir auch, ne? Wenn wir hier jetzt noch mal addieren, guckt mal, haben wir die 39, sind 12, ne? Die Vögel, ja? Sorgen, Stress, Unruhe, ne? Und, ähm, das im häuslichen Bereich, ne? Und die Lösung ist, ne? Ist dann wieder, wenn wir dann wieder gucken, ne? 12 und die 4 ist wieder die 16, ist wieder der Wassermann, ja? Sind wir wieder beim Wassermann, ne? Da? Bei der Klarheit, ne? Klarheit, Wahrheit, klare Situation, brauchend, erschaffend, ja? Da, ne? Haben wir sie wieder. Aber es ist eben immer noch die Überlegung da, ja? Weil eben hier das nötige Selbstvertrauen blockiert ist, ne? Ist halt eben immer noch die Überlegung da, komme ich nicht auch anders aus dieser Nummer raus. Kann ich euch gleich sagen, die Antwort, ne? Der Berg steht für ein Nein. Ja, ähm, ja. Nein, Punkt. Gibt's nichts weiter dazu zu sagen, ja? Da kann man jetzt wirklich nur noch mit dem Fluss, ne? Mit dem Wahrheitsfluss kommen. Ja, aber wir gucken. Was können wir denn noch dazu bekommen, hier? Ja, was ist das Problem, ne? Hier hat man sich in irgendeine Scheiße manövriert und jetzt hat man Schiss, dass es, äh, ja, dass es dann halt eben, dass einem nicht vergeben wird, ja? Das ist dann so ein, so ein, äh, dass es nicht okay ist, ne? Deswegen, ähm, fehlt einem ja hier das nötige Selbstvertrauen, ne? Wenn man jetzt nicht, äh, das Problem der Rache, Wut, Vergeltung, ja? Ja, ne? Wenn ich da jetzt mit der Wahrheit um die Ecke komme, dann, ähm, gibt es eben ein auf dem Deckel, ne? Ja. Das ist immer noch das Halbmond-Oragel, ne? Ja, hier, schaut mal. Uuuuh, da haben wir ihn wieder, den Berg, ja? Da haben wir ihn wieder, den Berg, und schaut mal, ne? Auch wieder, wieder die Zwölf, ne? Ja, das ist ja die Sorge, ne? Das Ziel ist halt, ähm, Erfolg, ja? Die Situation, logischerweise, ne? Äh, erfolgreich lösen zu wollen, ja? Und, ähm, diese Hürde endlich zu nehmen, der Wille ist da, ne? Äh, nur der Mut fehlt, ja? Der Mut fehlt. Für alle, die da jetzt nicht Zuschauer sind, sondern selbst betroffen sind, ähm, ähm, habt ihr die Tor-Meditation in der Infobox, ne? Die weckt ja da, ähm, die inneren Kriege, ja genau, schau mal, ne? Und in den Erfolg kommst du eben nur über, da, ne? Das ist nichts anderes, ne? Über den Selbstwert, ja, über die Selbstliebe. Das wäre hier, ne? Die Heilungskarte. Ja. Tja. Und das ist auch der Weg in die wahre Liebe, ihr Schatzi-Spatzis, ne? Das ist schon wieder fucking unfassbar. Das muss ich euch zeigen. Das muss ich euch zeigen. Es ist unglaublich, bevor wir uns die nächste Karte angucken. Weil jetzt guckt euch das an. Das ist doch schon wieder unfassbar, ne? Das ist genau der neue T, ja, den Sakralchakra-Tee, den nehme ich jetzt raus, ja? Und, ähm, die neue Kette, die Schutzengel-Kette nehme ich jetzt auch raus. Ja, die sind, äh, raus aus dem Programm. Und das hier hatte ich schon neu reinbekommen, ne? Ja, das ist der T, da geht's darum, hier. In der inneren Ruhe, ja, die Kräuterzusammensetzung, ne? In der inneren Ruhe, ja, zu dem zu finden, was man liebt, ja? Ja, und dann die nötige Ruhe, ja, dass die aufgewühlten Emotionen, ne, sich legen können, ne, so dass man hier in die Selbstliebe, aus der inneren Ruhe heraus in Richtung Selbstliebe handeln kann, ja? Ja, und die Kette ist energetisiert mit dem Wurzelschakra, ja, die habe ich da aufs Wurzelschakra abgestimmt, ne? Und da geht es halt darum, tue das, ne, der Reminder, ne, der Reminder am Hals, ne, tue das, was du liebst, dann liebst du das, was du tust. Ja, das war so, so, also das habe ich so klar vor Augen gehabt, ihr Hübschen, ja, das selten, selten so klar vor Augen gehabt, ja? Ja, und das in Kombination, ne, weil was passiert denn, ja, wenn du im Außenwurzelschakra, in der Verkörperung, ne, das tust, was du liebst, ja, logischerweise liebst du dann das, was du tust und so dehnt sich von innen nach außen, ne, immer mehr wahre Liebe aus, ja, dann kann auch gar nichts anderes mehr reinkommen, ne? Weil alles dann, was dir zuwider ist, ne, was dein Selbstwert blockiert oder dich in niedrigen Schwingungen hält, ja, davon trennst du dich dann, ne, weil das für dich dann überhaupt gar keinen Sinn ergibt, warum du die ganze Zeit derartige Energien, ja, hier schaut mal, ne, und es gilt halt, sich dafür zu öffnen. Jetzt guckt euch das an, das ist unfassbar, ja, ich bin schon wieder schwer begeistert da, ja, das ist hier, ne, die Herzöffnung für die Selbstliebe, ja, der T, ne, Herzöffnung Selbstliebe, so werde ich den auch nennen. Und dann, ja, aus dieser Selbstliebe heraus, ne, ja, das zu tun, was man liebt, ne, und dann liebt man, was man tut und so dient sich das automatisch im Energiefeld aus. Jetzt guckt euch das an. Ja, ich bin schon wieder so schwer begeistert, ihr Hübschen, weil ich kriege ja die Ansagen immer, was als nächstes fällig ist, wie ich da unterstützen und helfen kann, ne, und weiß dann immer noch gar nicht, wofür, ja. Also ich bin da, muss dann immer sehr im Vertrauen sein, ne, um mich halt entsprechend mit den Produkten zu befassen, weil ich hab immer überhaupt gar keinen Plan, wieso, weshalb, warum, ne. Weil, seht ihr ja selbst, ja, die Energien sind in dem Moment, wo ich das mache, immer noch gar nicht da. Die kommen erst zu einem späteren Zeitpunkt, ja, und dann bist du automatisch, begibst du dich dann, da, in den Fluss der Heilung. Aber es ist logisch, ne. Ja, und warum geht das gerade nicht, ja, weil eben halt die Selbstliebe blockiert ist, ne. Und das ist eben die Thematik, ja, wo wir ran müssen. Ja, jetzt weiß auch ich Bescheid. Jetzt weiß auch ich Bescheid. Gut, ihr Hübschen. Das stelle ich euch in die Infobox, ne. Wer da Bedarf hat, sich angesprochen fühlt, ne, darf sich da gerne in die Richtung Selbstliebe schubsen lassen, ja, weil wahre Liebe beginnt immer, und das wisst ihr, das brauche ich euch nicht zu sagen, ne. Ja, ja, der Erfolg in der Liebe, ne, wahre Liebe, hier 33 beginnt immer, wenn man in der Lage ist, ne, sich da zu öffnen und wahr und klar zu sein, ne. Alles andere, alle Masken, die man trägt, alle Blockaden, die man hat, ja, die haben überhaupt nichts mit wahrer Liebe zu tun, ne. Mit denen öffnet man dann entsprechend, ne, karmischen Partnern, Lernpartnern, etc. pp., ne. Bis man an dem Punkt angekommen ist, wo man frei fließen kann. Aber das wisst ihr, das besprechen wir ja oft genug, ne. Und erst im freien Fluss, ne, da ist man im heilsamen Fluss, ne. Alles andere ist, lernen, wachsen, reifen, befreien, trägern, ne. So viele Spiegelungen erhalten, bis man da angekommen ist. Ja, verrückt. Ne, und wenn man dann da angekommen ist, dann, da, ne, wenn man dann da den Gipfelpunkt erreicht hat, dann öffnet man gar nichts anderem mehr die Tür, ne. Dann, weil dann ergeben so eine Sachen, ne, wie, wie, ähm, Affären oder Reduzierung auf einen bestimmten Bereich, ja, oder das ergibt alles. Das ergibt gar keinen Sinn mehr, ne. Da weiß man gar nicht mehr, warum. Wieso denn Blues? Naja, ne, das diente alles als Spiegelung dazu, dass du an den Punkt kommst, ne, wo du dich derart für die Liebe öffnest und der Beginn, ne, die Eins, ja, the Beginning ist eben die Selbstliebe, ne. Das zu tun, was, und dafür braucht man Kraft, ne, braucht man innere Ruhe und Gelassenheit, ja. Ja. Verrückt, um dann halt eben, schaut, ne, hier haben wir auch die 34, die Fische, ne, eine Spiegelung der wahren Liebe, dass die halt mit ins Boot einsteigt, ähm, als Rückkopplung zu bekommen, ne. Weil dann braucht man halt nicht mehr den Spiegelpunkt, um bestimmte Muster, Blockaden, etc. pp, ne, zu erkennen und loszulassen, ja. Ja, sondern dann bekommt man halt eben die Spiegelung, ja. No. Das ist total schön, aber das ist der Moment davor, ne. Gerade sind wir hier, ja, sind viele, viele, viele hier an dem Punkt, ne, an diesem Punkt, das war die erste Karte, ne, wo es darum geht, entsprechend die Selbstliebe erstmal zu entfesseln, ja. Ja, da, die, das, was die blockiert, ne, da zu durchtrennen. Und dafür braucht man eben entsprechendes, ja, eine entsprechende innere Ruhe und Gelassenheit, ja. Und man fängt an, the beginning ist, ne, tue das, was du liebst, dann liebst du das, was du tust. Und automatisch dehnt sich dein Feld der Liebe aus. Ja, und auf einmal sind dann im Köpfchen ganz klar so Sachen drin wie, äh, nee, das macht mir ja überhaupt gar keinen Spaß. Oder das will ich ja überhaupt gar nicht, ja, warum sollte ich das denn tun? Das entzieht sich ja jeglicher Logik. Aber das, so fängt man erst an zu denken, wenn man an diesem Punkt ist, ne. Vorher hat man ja noch so Gefallsucht, ne, oder was weiß ich, ja. Mein Wert wird vom Außen bestimmt, ja. Ich muss immer recht hübsch, nett und freundlich sein, ne. Und ach, ihr kennt das ja alles, ne, sprechen wir ja oft genug drüber. Ja. Sonst mag mich der andere nicht mehr, ne. Und lässt dann hier vielleicht auch mal ein böses Wort fallen, ja. Schimpft über mich, oder, ne. Ja. Oder findet mich vielleicht doof. Ja, was wäre, ne, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, ist es ganz schön verrückt, ja. Ja, äh, aus Angst, ja, vor, ähm, einem schlechten Wort oder vor einem Streit, das hier alles, ja, zu blockieren. Ne, damit man mal so ganz nüchtern, ne, mal so ganz nüchtern aus dem Wurzelchakra, ne, betrachtet, ist das eigentlich verrückt. Ja, aber es ist unfassbar, wie viele Menschen das machen, weil eben, ne, aus Training, ne, Verhaltenstraining, ähm, das hier blockiert ist, ne. Und um diese Blockade aufzubrechen, wie gesagt, ne. Da geht es auch in diesem Jahr drum, ne, 23, die Mäuse, Erlösung, Auflösung, Ablösung, ne. Um diese Blockade auszubrechen, braucht man halt im Umgang hiermit ein wenig mehr Gelassenheit, ne. Und dann muss man peu à peu anfangen, ne, das zu tun, was man liebt, damit man das, was man tut, eben liebt, ne. Damit sich das ausdehnen kann, empfängt. Ja, knaller, pofaller, bei mir schließe ich jetzt wieder einen Kreis. Jetzt weiß ich auch, obwohl ich, wo, äh, warum ich heute nochmal ein Video gedreht habe, obwohl mir klar war, dass das immer noch die Halbmondenergien sind. Ja. Danke, 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 ich bin schon wieder sehr, sehr dankbar dafür und, ähm, dann wisst ihr Bescheid, ja. Unterstützung habt ihr auch und ansonsten hören wir uns am Wochenende wieder. Bis dann. So an.